Musik Bei meinem Job bin ich sehr viel unterwegs. Ich habe viel mit Architekten dazu, daher mit alten Gebäuden in der ganzen Schweiz, teilweise sogar im Ausland. Da würde mich für Architektur interessieren, gefällt mir das natürlich sehr gut. Musik Die Arbeit hier ist sehr spannend und vielseitig. Man hat einen wichtigen Teil, den man im Büro ist, wo man ein Projekt bearbeitet. Aber dann geht man auch draussen, vor Ort und schaut das Projekt live von Anfang bis Schluss an. Und genau das ist es, was die Arbeit spannend macht. Die Heimkuh hat seinen Hauptsitz in Thausis, Graubünden. Was natürlich mit dem Grund ist, warum man regelmässig auf wunderschöne Regionen trifft, die man in der täglichen Arbeit auch wieder findet. Ich habe immer gelernt über HMKG. Vor der Ausbildung habe ich schon viel gehört. Und der positive Eindruck hat sich eigentlich nur bestätigt. Das Team ist jung, motiviert und unterstützt mich sehr gut. Mein und meine Ideen kann ich hier aktiv einbringen. Und so kann ich sehr viel profitieren. Ich bin schon seit 30 Jahren bei HMKG. Angefangen haben wir etwa mit 5-6 Leuten. Jetzt sind wir mittlerweile schon 50. Wieso bin ich schon so lange dabei? Ja, jeder spielt gerne in der höchsten Liga. Wir erwarten für unseren Mitarbeitenden, dass sie sich mit Freunden engagieren können, ihre Eigenverantwortung ordnen können und innovativ und kreativ sind. Zusammen mit unserem tollen Team und unserer modernen Infrastruktur lösen wir alle Aufgaben professionell und tragen so unseren Spirit nach aussen. Es macht Spass, in diesem Umfeld zusammen mit dem ganzen Team an unserem Erfolg arbeiten zu dürfen.